Wer oder was bist du? Du hast also noch nicht davon gehört. Von was denn? Was du da siehst, ist ein Duckface. Sie sind überall, in sämtlichen Social Networks. Und wir müssen gegen sie kämpfen. Aber wie? Mit einem Protest-Song. Jeder kennt's aus Facebook von oben. Fotografiert, ein unschlagbar geiler Look im Internet von Chicks kreiert. Man sieht den Ausschnitt gut, doch es schürt trotzdem Mut. Duckface, sie probieren gut auszusehen. Duckface, keiner kann ihnen widerstehen. Duckface, Bilder täuschen, Katastrophe, Verhall, wenn du gut aussiehst, schau doch nur mal. Duckface, uhu. Lippenfest zusammendrücken. Duckface, uhu. Große Augen zum Entzücken. Duckface, uhu. Bringen wir's doch mal auf den Punkt. Es sieht scheiße aus. Verstehst du? So können wir gegen das Duckface kämpfen. Und auch ihr könnt euren Teil beisteuern. Geht auf unsere Facebook-Page, ladet euch den Anti-Duckface-Button runter und verbreitet ihn im Internet. Denn wir sagen Duckface, Nein, danke. your-Kit. Guten Täch appear,